Wenn man einen Autoreifen rollt, hält er irgendwann von alleine an. Wenn dieser Reifen jetzt aber aus Stahl wäre, würde er eine ziemlich lange Strecke zurücklegen. Kurz gesagt, der Gummireifen hat einen hohen Rollwiderstand im Vergleich zum Stahlreifen. Aber was ist ein Rollwiderstand und was verursacht ihn? Das sehen wir uns in diesem Video an. Um die Physik des Rollwiderstands zu verstehen, sollten wir uns zunächst mit den Eigenschaften von Gummi vertraut machen. Sehen wir uns dazu einmal dieses Gummiband und diesen Gummizylinder an. Mit ein wenig Kraft lässt es sich leicht auseinanderziehen oder zusammendrücken. Und wenn man wieder locker lässt, geht es in seine ursprüngliche Form zurück. Aber wenn man genauer hinsieht, kann man feststellen, dass sich der Zylinder anders verhält, wenn er komprimiert und dekomprimiert wird. Führen wir das Kraftexperiment noch einmal durch. Die Kraft variiert von 0 bis 50 Newton und geht dann zurück auf 0 Newton. Sehen wir uns das Experiment mal in Zeitlupe an und pausieren, sobald die Kraft 25 Newton erreicht. Achtet hier auf die Form des Zylinders. Die Kraft erreicht 50 Newton und geht dann wieder zurück. Wenn die Kraft während der Rückwärtsbewegung wieder 25 Newton erreicht hat, pausieren wir. Hier kann man sehen, dass beim Loslassen dieselbe Kraft von 25 Newton eine geringere Länge erzeugt. Während der Dekompression erreicht das Gummi erst spät die ursprüngliche Länge. Diese Grafik mit der Kraft im Verhältnis zur Länge für die Kompression und Dekompression zeigt es noch deutlicher. Gummi verhält sich bei der Kompression und Dekompression unterschiedlich, selbst wenn die endgültige Form gleich ist. Diese Eigenschaft ist als Hysterese bekannt. Gummi ist kein vollkommen elastisches Material. Die langwirrenden Polymere des Gummis haben auch eine Viskosewirkung. Diese Viskosewirkung führt zu Energieverlust. Kurz gesagt, wenn das Gummi einen Hysteresezyklus durchläuft, verliert es Energie. Um die Wirkung der Hysterese auf den Reifen zu projizieren, muss man sich vor Augen halten, dass das komprimierte Gummi bei der Dekompression nur sehr langsam wieder die ursprüngliche Länge erreicht. Wenn ein perfekter Reifen rollt, hat er null Rollwiderstand. Mit perfekt meine ich, dass der Kontaktbereich zwischen Reifen und Straße auf einer Linie liegt. Ein rollender Reifen hat an dieser Kontaktlinie Nullgeschwindigkeit. Das ist möglich, weil das Rad zwei Arten von Bewegungen hat, nämlich eine Translations- und eine Rotationsbewegung. Wenn wir diese beiden Geschwindigkeiten an der Kontaktlinie addieren, ergibt das Null. Eine Geschwindigkeit von Null bedeutet, dass die Kontaktlinie keine Relativbewegung mit der Straße hat und die Reibungskraft ebenfalls Null sein sollte. Aus diesem Grund kann ein perfekt rollender Reifen für immer rollen. In der realen Welt berühren die Reifen den Boden jedoch nicht auf einer Linie, sondern auf einer Fläche. Diese Fläche wird Aufstandsfläche genannt. Besonders bei Autoreifen wird der untere Bereich der Reifen aufgrund des enormen Gewichts, das auf sie wirkt, zusammengedrückt. Bitte beachtet, dass die hier gezeigte Reifenkompression übertrieben dargestellt ist. Sehen wir uns nun die Wirkung der Hysterese auf einen rollenden Reifen an, wenn der untere Bereich komprimiert wird. Hier kann man sehen, dass ein rollender Reifen zwei Bereiche hat. Wenn der Reifen rollt, geht die Gummi-Lauffläche aus dem nicht-deformierten Bereich in den deformierten Bereich über. Der Radius des deformierten Bereichs ist viel kleiner als der Radius des Reifens. Das bedeutet, dass die Laufflächenelemente komprimiert werden müssen, wenn sie in den deformierten Bereich übergehen. Von hier aus müssen sie dann in einen nicht-deformierten Bereich, da sich das Laufflächenelement sonst ausdehnt. Somit werden die Laufflächen eines rollenden Reifens kontinuierlich komprimiert und gedehnt. Wie wir bereits gesehen haben, muss das Gummi, wenn es sich ausdehnt und zusammenzieht, Hysteresezyklen durchlaufen, die zu Energieverlusten führen. Der gleiche Energieverlust tritt auch bei einem rollenden Reifen auf. Das ist der Grund dafür, dass ein rollender Reifen langsamer wird. Der Hysterese-Energieverlust erzeugt einen neuen Widerstand, der als Rollwiderstand bezeichnet wird. Die Hysterese des Gummis führt auch noch zu anderen interessanten Phänomenen. Wir wissen, dass das Material während der Dekompression langsam zu seiner ursprünglichen Länge zurückkehrt. Dadurch drückt der Reifenbereich auf der rechten Seite nicht mit der gleichen Kraft gegen die Straße wie der auf der linken Seite. Dadurch hat der rechte Bereich eine viel geringere Normalkraft als der linke Bereich. Und das bedeutet, dass die Gewichtsverteilung eines rollenden Reifens immer ungleichmäßig ist. Schaut euch auch das nächste Video unserer Fahrdynamik-Reihe an und vergesst nicht, uns zu unterstützen. Vielen Dank!